Kriegskrieger, lass den Shaikan passieren! Blutsbruder, ich brauche die Hilfe der Clans. Über den Weg der Clans entscheidet der Eisenfürst Mensch. Ich bin nur ein Schieften. Ich kann euch nur die Hilfe meiner Truppen geben. Wir müssen uns nach Südosten bis zum Tor der Schwerter durchschlagen. Wenn wir es bis dorthin schaffen, schwöre ich bei Zarrachs Flamme, dass ich vor dem Eisenfürst für euch sprechen werde. Das schulde ich euch.